Einfach 100 Euro Donation kassiert. Ikognito, Digga, die alte Legende hat auch schon bei mir gut rausgehauen. Ehrenmann Monty schreibt er auch, Digga. Ich krieg 100 Euro dafür, dass du am Start bist, Digga. Alles klar, Digga. Weißt du Bescheid. Sehr gut. Jetzt frag mich, was er jeden Tag auf wie du es machen. Immer so, ey Monty, ich brauch ein bisschen Geld, wenn wir du es spielen. Dankeschön, Digga, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, 100 Euro ist, glaube ich meine, seit ich auf Twitch zurück bin, ich glaube, habe ich schon eine Hunderter bekommen? Ich glaube, einmal oder so. Digga, auf jeden Fall, vielen Dank, mein krasser Support. Dankeschön, Digga. Du hast die Hose ein bisschen feucht geworden, gerade. Das ist Gamescom-Ticket. Von dem her könnte man Danny jetzt ein Gamescom-Ticket kaufen, aber würde ich auch nicht machen. Digga, das war echt krass. Hälfte abdrücken. Digga, da muss ich los. Ja, wahrscheinlich. Drück mal die Hälfte ab. Boah, ich kriege eine Waffe. Das gibt es ja nicht. Brauchst du hier was ab? Ja. Okay. Dropped ihr hier an der Treppe ein Mini. Geil, Mann. Du hast Leben noch 99, what the fuck. Das habe ich noch nie gesehen, dass so lange noch so viele Leute sind. Ja, von uns. Bist ein Gegner oder was? Ja. Ja, hier sind auch welche vor mir. Vor mir auf der Straße, die blaue Mütze des Todes. Das war es dann wieder komplett. Gut, dass sie zehn Steine dabei hatte. Gehst du da rein oder was? Aber ich komme, ich komme. Einer ist hier noch. Aber ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, ob ich es nicht von hinten rauskomme. Na, ist gequittet. Der Typ, oder? Der, er ist gequittet. Scoped, er ist hier noch bei mir, Bruder? Komm rüber. Lasse. Direkt, Digga. Hier ist noch ein normaler, falls du noch keine hast. Ich habe schon eine blaue gefunden. Omega-0. Bei den Hochhäusern waren noch welche. Ja, hier sind noch einige. Der, der auch einspringen. So. War das der, den du gesehen hast? Ja, das war der, den ich gesehen habe, Digga. Wir gönnen dir seinen Hack. Ja, ich will mal gucken, was er hat. Da wächst er. Da vorne liegen noch Minis. Oh, warte, da. Ah, hier. Du in der AR noch bei mir? Dann habe ich schon. Nochmal Minis. Hast du die Minis aufgesammelt? Ja. Wie war, okay. Jeder kann ja seine eigenen haben, weil Minis ist immer ganz gut. Ja, ja. Normal. Ich hätte ja bloß sein können, dass es einer gewesen wäre, dann hätte ich dir noch einen gegeben, Digga. Wirst du? Nee, alles gut. Digi? Oh, eine goldene Scar. Na gut, nehme ich auch. Wah. Das ist das Streamerloot. Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu sterben gekommen. Das wird ein Teufel, tut mir leid zu re-arriven. Siehst du, Digga, die muss in meine Hand. Digga, wow, die Verbände. Geil. Ey, Digga, wie viele Chests muss ich noch aufmachen, bis ich einen Biggie finde? Musst du was findest? Einen Biggie. Loot Drop hier in der Nähe irgendwo? Hm. Da oben auf dem Berg? Nee, das ist ein Rift. Guck mal, der kommt recht close runter. Ich habe so gefarmt, Digga. Wie bitte? Ich habe richtig viel Metz gefarmt. Auch ein Bürgermeister. Schüsse? Schüsse? Ja, irgendwo etwas weiter weg. Hier vor uns irgendwo auf 195. Ja, die schießen den Loot Drop runter, Digga. Wie der runtergekommen ist wie so ein Meteorit, Alter. Haben auch aufgemacht. Ja. Das heißt, die haben sich da auch eingebaut, Digga. Das heißt, Lila, Digga. Bei mir ist das Lila. Ja, trifft den Snipeschuss seines Lebens. Ich habe ihm richtig dicke Hits gegeben. Der eine ist komplett. Der hat so dicke Hits bekommen. Bis auf. Er hat sich selber gekinnt, Digga. Er hat sich so lustig. Aber sein Kollege ist da noch, Digga. Nee. Die Leute, aber erst nicht tot. Nee, nee. Digga, das war es wirklich komplett. Es sah so geil aus, Digga. Mein Kollege ist auch hier irgendwo noch, würde ich sagen. Ich finische die Sau mal. Zwei Jigis hier. Ist er bei dir? Nee. Ich baue mich einfach in den Jiggy. Das war wirklich komplett, Digga. So ein Dulli, Digga. Schüsse auf mich. Ja, ja. Bitte geh nicht kaputt. Die einen Sekunde noch. Okay, warte, ich komme raus. Oh, er hat mir Dicke jetzt gegeben, Bruder. Er ist direkt vor mir. Ich brauche deine Seele schon. Ich bin so gelasert, Digga. We can do better. Okay, warte mal. Ich habe jetzt noch einen Biggie. Da hast du einen anderen getrunken, ja, ne? Warte, achso, nee. Du hast ihn ja, Digga. Okay, ne? Ich kenne jetzt keinen Jiggy. Achso, okay. Da sind noch Minis unter der Treppe. Ja, das sind meine, Digga. Okay, dann nimm du die mit. Gut, ich habe noch einen Medi dabei. Ich glaube, ich nehme das Jagdgewehr lieber. So. Brauchst du das Medi? Nee, ne? Nee, nee, nee. Guck mal ganz kurz, ob du noch Dings hast. Ob du noch Rockets hast. Nee, habe ich nicht. Habe ich gerade geguckt. Ich wusste schon, dass du das fragen wirst. Ja, normal. So ein Idiaktor sich selber in die Luft, Digga. Digga, weil er war richtig motiviert. Er dachte so, ja, man, jetzt, Digga. Weil er war so richtig nicht mehr in Gefahr in der Situation. Grüne Tech. Ach, gut, Leute. Dafür ist der Chat da. Ich habe ja auch schon eine Grüne Tech gesagt. Das war, glaube ich, die Runde davor. Na, moin. Und los. Gott, habt ihr mir die Grüne Tech gesagt? Und dann nehme ich doch lieber die Grüne Pam. Warum habt ihr mir die denn nicht gesagt? Ehrenloser Chat. Schau, das ist richtig so undankbar. Richtiger Spaß, siehs. Na, schade. Ist hier ja irgendwo ein Automat. Ne, ne? Ich höre auf jeden Fall keinen. Ich habe so Druck auf der Blase. Ich muss nach der Runde so explodieren erst mal. Aber egal, die Runde schaffe ich noch. Wir könnten mal hier, ähm, warte, wir gucken erst mal, wo die nächste Zone jetzt hingeht. Wir wissen jetzt eh laufen, egal was passiert. Ja. Ah, passt aber noch. Ja, geht, echt klar. Also, wenn es Jerusalem auch noch ungelodet ist, dann, Digga, das gibt's nicht. Das indische Essen drückt, nein, Bürgermeister. Wieso bist du eigentlich noch da, Digga? Du wolltest nicht gerade gehen. Aber ich meine, gut, dass du noch da bist, natürlich, aber... Hm, abgehoben. Ich weiß nicht, ich wollte es nicht gerade gehen. Das ist der schlimmste Spruch, den man hier haben sagt. Digga, ist einfach ungelodet. Tja, moin. Aha, noch ein Biggie. Okay, jetzt habe ich zwei Biggies dabei. Oh, boin. Ich habe keine Minis. Digga, der loot ist ja nicht mehr normal. Ich, äh, nehme mal ein Rift und guck mal ein bisschen. Echt, willst du das Rift nehmen? Sind das dann mehr als eins? Ne, ich will nur mal ein bisschen schauen. Na, okay. Ob ich irgendwo was sehe. Ich fliege schon mal vorne Richtung Tankstelle, ein Dörfchen weiter. Ja. Aber ich sehe hier auch nichts. Ah, einer hat auch einen Rift genommen. Zwei Stöcke haben einen Rift genommen, vor mir. Die sind jetzt über mir, Digga. Die sind über mir, ich fliege zu dir, Marcel. Ja, komm her. Ich bringe die mit. Kommt ihr hinterher? Äh, die kommen hinterher, Digga. Ja, da oben, okay. Die sind direkt hier oben. Oh, war das close, Digga. Die haben sich gesplittet, die haben sich gesplittet. Das ist perfekt. Einer ist hinter uns. Ja, guck du, hinter. Ja, der andere hat sich, der hat Heavy Snipe. Boah, hab ich dich zerstört, Digga. Krass. Oh, da ist mir jetzt das Finish rausge- Warte, warte, warte. Lull. Wo ist der? Ist über mir. Harten Ding, Hit. Nice. Hat einen dicken Cock im Mund. So. Das Sippen wir erst mal weg hier. Die Zone kommt auch. Hier ist noch ein Biggie für dich. Du brauchst keine, ne? Das Gar ist hier. Ja, die tag ich. Ja. Und die Heavy kommt nämlich. Kannst du noch einen, also soll ich einen Biggie mitnehmen? Ich kann ihn mitnehmen. Ne, ne, ich brauch selber einen, Digga. Auto, Auto kommt, Auto kommt. Ja, direkt hier unten. Sieht maximal last aus, der Typ. Wirklich. Digga, ich treib ihn nicht. Ich treib ihn nicht. Hä? Aber was ich nicht verstehe, wie soll der erste schon... Über uns? Über uns, ja. Oh Gott, Digga. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Ich verstehe nicht, warum der, äh, Dings, ich hab... Der eine Schuss hat übelst gebackt, Digga. No joke jetzt. Ich muss den noch looten hier. Ja, ich weiß auch nicht, Digga, bei mir hat's auch irgendwie was aufkommen ist. Äh... Hier ist noch eine Heavy Pump, falls du noch keine hast. In diesen auch Minis. Achso, ja. Guck nochmal, ob du Rockets hast, bitte. Jetzt hab ich safe. Ja, zwei Stück liegen hier auch. Mit der Heavy Pump. Ähm... Ich überleg grad, hast du ein Biggie noch übrig? Ne, ne? Ich hab noch Minis, warte, hier. Willst du die behalten oder soll ich den letzten wieder mitnehmen? Ne, ich war halt, ich hab, du hast keinen Biggie mehr, ne? Ne, ne, auch nicht. Hast du oben alles schon gelootet, beiden Typen da? Ähm... Ich... Das war ja alles unten, ist ja alles runtergefallen. Na, hier vorne war auch noch irgendwo Loot, genau. Ja. Müssen halt gleich... Okay, müssen das... Hast Autos kaputt, das belasten. Hier ist noch ein Biggie, dann ist das... Nein, hier sind zwei Biggies, komm mal, ja. Obendrauf? Ja, ja, ich dropp dir den runter, warte. Ja. Vor uns ist aber auch noch ein... Äh, das war ein Mini... Vor uns ist aber auch noch ein Rift. Ah, okay, das Rift ist gut, ja, okay, perfekt. Boah, ich muss so pissen, man. Erstmal noch Easy Win hier mit Mountain, dann geh ich pissen. Wo ist der Mini? Da. Ja. So. Was hast du? Ich dropp dir hier noch zwei Minis, das waren ja dann. Oh, let's go. Okay. Wir müssen. Hier vorne, da oben ist noch ein Schlörfnis. Ich nehm den Schlörfnis mit, äh, nimm du den Mini. Ja. Wo ist das Rift? Na, der Rift. Also, wenn ich's richtig gesehen hab, war vor uns noch einer. Kann aber auch sein, dass er weg ist. Dann sind wir auch weg. Ah, ne, die Zone ist ja langsam. Die Zone ist langsam, so sieht's aus. Ne, natürlich ist der Rift weg. Scheiß drauf, wir haben genug Zeit. Ah, ne, hier vorne sind zwei Rifts noch. Oh, das, das klingt sehr gut. Ah ja, sehr gut. Wir können auch denselben, ne, den muss ich nicht bauen. Aber wobei ich hab genug mehr als Schlesdorf. Wie er schon durchzieht, alter. Hier vorne war ein dicker Baufight. Äh, Gegner unter mir. Ein Gegner ist direkt unter mir. Der andere, also zwei Gegner seh ich. Einer ist auf 345, der andere direkt vor mir hier. Mhm. Ähm. Ich würd' sagen, dass wir auf den Berg gehen. Ich sag' ein Gegner, aber nicht. Der eine Gegner ist jetzt an der Tankstelle unter uns. Ah, okay. Und einer war, äh, dings, einer war ein bisschen links, Richtung Flussbett. Der andere Gegner ist unten bei der Tankstelle, Digga. Wo ist denn bei der Tankstelle? Okay. Wo weiß ich nicht, aber ich hab' ihn da als letztes gesehen, Digga. Meinen wir die gleiche Tankstelle? Ja, ja, da wo du jetzt bist, da muss ein Gegner sein. Ich sitz' ja in der Tankstelle, Digga. Und zwei Gegner sind links von mir. Also ich komm' zu dir. Hier ist keiner. Boah, Alter, meine Blase explodiert gleich. Puh. Leute, er ist... Wie er spekuliert hat auf die Zone. Einer hat einen 86er-Hit. Der andere ist unten an der Brücke noch. Ja, warte. Der andere ist unten an der Brücke. Einen hab' ich down. Ja, der andere ist hinten noch beim Baum. Achso, ne, er läuft zu seinem Kollegen jetzt. Nice, wichtig. Und Ermo, ah, der Letzte ist hinter uns. Der Letzte war bei der Tankstelle bei dir, Ermo. Achso, das war der... Dann ist das wahrscheinlich der losteste Shreer der Erde. Ne, 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 der ist gut gewesen, Digga. Der hatte da einen dicken Baufeil. Ich hab' den gesehen eben. Oder ist der außerhalb der Zone hier vorne gestorben? Ah, ne, der ist hier vorne außerhalb der Zone gestorben. Hier liegt ein Haufen Loot von dem. Okay, dann ist der Letzte hier. Ist er bei dir, oder was? Ne, aber ich geh' den Loot, den saftigen Loot da hinten erstmal abstauben. Ich bin noch nie über diese Brücke hier gegangen. Boah, Alter, meine Blase, das ist grad nicht lustig. Oh, Leute, das drückt. Das drückt. Ihr glaubt nicht. Ich musste, glaube ich, seit 2018 noch nicht einmal so pissen. Ich hab' hier oben noch einen Trampo hingestellt. Okay. Also ich würd' sagen, der ist in Lucky Landing irgendwo. Wenn das ein süßer Gegner ist, können wir ihn erstmal ein bisschen trollen. Hier ist eine Base gebaut am Fluss. Könnt ihr da hier drin sein? Am Fluss direkt. Neben so einem... Also wenn der da drin ist, dann ist es das schlechteste Spiel der Erde. Ich hab' auch noch einen Joint Pit. Ah, ich seh's, ja. Ja, der ist da drinne, der ist da drinne, Digga. Kann ich sehen. Er hat links und rechts frei geplaced. Ich könnt' jetzt meinen Zampa reinhauen. Soll ich reinhauen? Ja, Digga, er macht ernst. Er macht ernst, Digga. Er macht nur ernst. Hat'n Hit. Den Hit hab' ich gehört. Hör auf zu geiern, Mann. Ich krieg' uns pissen. Sorry. Du bist so'n entbärkige Geiersau, Digga. So ein Geier immer, Digga.